Der Kampf zur Rettung unserer Demokratie Die Demokratie beginnt an dieser Stelle Jedes Mal, wenn wir denken, wir haben unsere Fähigkeiten so bemessen, dass wir einer Herausforderung begegnen können, stellen wir fest, dass diese Fähigkeit keine Grenzen kennen darf Auch wenn diese Aufgabe unsere Letzte ist Eine Regierung sollte Optimismus verbreiten Ich würde so gerne jemanden finden auf dieser Welt, den ich nicht hasse Das ist das Weiße Haus, Sie werden sich dran gewöhnen Wir werden Schwieriges bewältigen, wir werden Großes erreichen Ja, nun Zeit für amerikanische Helden und wir werden nach den Sternen greifen